Unsere Leistungsgesellschaft steckt immer höhere Anforderungen. Stress und Überarbeitung sind die Folgen. Dazu kommen falsche Ernährung, Schlafmangel, zu viel Alkohol und Tabakkonsum. Das Leben wird hektischer, ungesünder. Und wir werden häufiger schwer krank. Herzinfarkt ist ein klassisches Beispiel. Auf alle Fälle nehmen Erkrankungen wie Herzinfarkt auch Schlaganfall zu. Die Menschen bewegen sich einfach zu wenig und essen zu viel. Viele Menschen gehen einer sitzenden Tätigkeit nach, was häufig zu Bewegungsmangel führt. Es gibt viele Einflüsse, die in der Summe die Gefahr eines Herzinfarktes erhöhen. Das Erkrankungsrisiko hängt altersunabhängig von unseren Lebensverhältnissen ab. Man kann natürlich auch im jüngeren Alter Herzinfarkt bekommen. Es gibt auch Leute mit 30 und 25, die schon Herzinfarkte haben, weil diese Risikofaktoren zusammenkommen und vielleicht weil eine ererbte Disposition besteht. Laut Robert Koch-Institut nehmen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall stark zu. Dank des medizinischen Fortschritts sind gleichzeitig die Überlebenschancen deutlich gestiegen. Wir sind schneller wieder arbeitsfähig. Ein Herzinfarkt bedeutet auf keinen Fall, dass man berufsunfähig ist. Manch einer hat die gleiche Leistung wie vorher und kann demnach auch fast genauso wieder arbeiten wie vorher. Und ein anderer, der ist vielleicht ein bisschen später mit seinem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen und hat nicht die Funktion seines Herzens wie vorher. Für den besteht natürlich schon auch wieder Arbeitsfähigkeit, aber für eine leichtere oder nicht so schwere Arbeit, die er vorher getan hat. Das ist für jeden ganz individuell. Ein Herzinfarkt ist für jeden ein einschneidendes Erlebnis, da der Patient mit dem Tod konfrontiert wird. Deshalb ist es wichtig, später im Beruf vorbeugend kürzer zu treten. Die gesundheitlichen Schäden eines Herzinfarktes müssen durch Reha-Maßnahmen behandelt werden. Schlaganfallpatienten müssen mit weit schlimmeren Beeinträchtigungen rechnen. Schlaganfall kann führen zu einer Lähmung, weil es eine Durchblutungsstörung des Kopfes bedeutet. Kann aber auch einhergehen nur mit Sehstörungen, wenn es ein kleiner Schlaganfall ist. Was ja ein ganz großes Manko ist bei Schlaganfall, ist ja plötzlich Sprachverlust auch. Die Menschen können dann zwar noch verstehen, aber sie können sich nicht mehr aushalten. Infolge eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls ist der Patient meist nicht berufsunfähig, aber er hat einen längeren Verdienstausfall. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente sind viel schichtiger, als man denkt. Bei der Berufsunfähigkeit ist es nicht automatisch so, dass eine schwere Krankheit einen Leistungsanspruch auslöst. Das heißt, wenn sich jemand nach einer schweren Krankheit alsbald und schnell erholt, was ihm ja zu wünschen ist, bedeutet es dann aber gleichzeitig, dass gegebenenfalls ein Versicherungsanspruch nicht gegeben sein kann. Oft sind die Betroffenen in der Beweislast. Entscheidend für die Gewährung der Berufsunfähigkeitsrente ist die Schwere der Krankheitsfolgen und dass der Patient dadurch auf unbestimmte Zeit berufsunfähig ist. Wenn jemand einen Herzinfarkt erlitten hat, dann ist er schon der Meinung berufsunfähig zu sein und das hängt aber eben auch von verschiedenen anderen Faktoren ab. Und dann kann es mitunter das Ergebnis sein, dass ein gerichtlicher Sachverständiger feststellt, also bei der medizinischen Betreuung war nach vier Monaten bereits wieder zu einem überwiegenden Anteil im Stange seine vorherige berufliche Tätigkeit auszuüben. Des Weiteren ist es ja eben auch so, dass bestimmte schwere Krankheiten einen in seinem konkret ausgeübten Beruf berufsunfähig machen können, dass aber eben die Möglichkeit des Versicherers besteht, einen auf einen adäquaten anderen Beruf zu verweisen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung greift also nicht immer. Häufig kommt es dann zu einer Klage. Der Entscheidungsprozess ist oft langwierig und die Antragsteller müssen sich auf Schwierigkeiten einstellen. In dieser Zeit sammeln sich zu dem Verdienstausfall auch weitere Kosten an. Nicht nur kosten die Sachverständigen eine Menge Geld. Die Prozesse dauern regelmäßig auch extrem lange. Am besten man wird einfach nicht krank. Aber wem gelingt das schon? Treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gesund und sorgen Sie für ausreichend Entspannung. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und sorgen Sie vor für den Fall der Fälle.